Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Wie versprochen nehmen wir uns heute einmal die kleinen, sehr interessanten sekundären Nutzlasten vor, die bei Artemis 1 mitfliegen werden. Die CubeSats. Insgesamt werden zehn dieser kleinen Satelliten im Orion Stage Adapter untergebracht sein und während des Fluges ausgesetzt. Mit diesem Video schließe ich die Artemis Wochen dann auch mal ab. Updates folgen natürlich wieder regelmäßig. Nach einem kurzen Intro geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Bevor ich auf die einzelnen CubeSats eingehe, klären wir erstmal eines. Was ist eigentlich ein CubeSat? CubeSats zählen zu einer Kategorie von Nanosatelliten, die eine Standardgröße und ein Standardformat haben. Der Name leitet sich von der annähernden Würfelform von 11,35 x 10 x 10 cm ab, wobei die NASA in ihren Dokumenten immer wieder 10 cm für alle Seiten angibt. Diese standardisierte Größe gibt es seit 1999 und wurde 2004 erstmals in der Raumfahrt eingesetzt. Die Standardeinheit eines CubeSats wird als One Unit bezeichnet und mit 1u abgekürzt. Es lassen sich aber auch mehrere CubeSats zu größeren Einheiten kombinieren. Wenn ihr also in Zukunft die verschiedenen Bezeichnungen in Verbindung mit CubeSats seht, dann könnt ihr direkt die Größe ableiten. Das ist sehr gut in der Grafik dargestellt, die ich hier nebenbei einblende. Bei Artemis 1 haben alle CubeSats die Größe von 6u. Wenn wir jetzt also nach der einfachen NASA-Angabe von 10 cm gehen, also ganz grob 20 cm breit, 10 cm tief und 30 cm hoch. Oder eben die in den Artemis Updates oft schon erwähnte Größe eines Schuhkartons. Das sieht man hier ganz gut. Also ich habe mal wirklich einen Schuhkarton rausgesucht. Und wertscharf, wertscharf, wertscharf. Endlich. Und das passt wirklich. Also es ist wirklich eine 6u Größe. Das passt fast genau auf den Zentimeter. Und das ist wirklich faszinierend, wie klein die doch sind. Auch das Gewicht der Units ist auf maximal 1,3 Kilo genormt. Das ermöglicht diese kleinen Nutzlasten in der Entwicklung und Ausstattung genau zu kalkulieren und die limitierten Vorgaben zu berücksichtigen. In den verschiedenen Units befinden sich dann zum Beispiel Antriebssysteme, Avionic oder die eigentliche wissenschaftliche Nutzlast. Außerhalb dieser Würfelabschnitte können externe Systeme wie zum Beispiel Solarpaneele für die Energieversorgung angebracht sein. Das Antriebssystem von einigen CubeSats zum Beispiel basiert auf ein hybrides Mikroantriebssystem namens MIPS. Beim CubeSat Argomoon kombiniert dieses System einen im Vergleich zum Beispiel zu Hydrazin nahezu ungiftigen alternativen Monotreibstoff mit einem Kaltgasantrieb. Dies ermöglicht eine Lagerregulierung und das Manövrieren mit einer relativ geringen Energiemenge. Naja, für die, die schon länger dabei sind, ihr wisst ja, ich bin nicht so der Techniker hier im Team Space. Daher verlinke ich für die Interessierten unter euch mehr Infos zu MIPS und den Antriebssystem in der Videobeschreibung. Auf die detaillierten Antriebe gehe ich daher auch nicht weiter ein bei den anderen CubeSats, da das Video sonst wieder viel zu lang werden würde. Die Einheitlichkeit ermöglicht eine kostengünstige Produktion und sichert einen kompatiblen Einsatz für Hersteller und Nutzer und bietet eine nutzlastschonende Möglichkeit für wissenschaftliche Untersuchungen und Demonstrationen neuer Technologien. Ja, wie eingangs bereits schon mal kurz erwähnt, befinden sich zehn dieser kleinen Nutzlasten bei Artemis I im Orion Stage Adapter. Dieser verbindet die zweite Stufe des SLS mit dem Orion Raumschiff und ist nur knapp 1,5 Meter hoch. Auf dem Foto, das ich nebenbei einblende, seht ihr auch sehr schön, wie ähnlich die sich äußerlich auch alle sind, obwohl viele verschiedene Hersteller an den einzelnen CubeSats gearbeitet haben. Wenn du mehr zum SLS Aufbau, dem Orion Raumschiff und so weiter wissen möchtest, dann schaue gerne unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich dir alle relevanten Videos im Rahmen der Artemis Wochen hier bei Mondgeflüster. Die CubeSats bei Artemis I werden im Laufe der Mission relativ früh ausgesetzt. Die Zeitpunkte sind nach der TLI angesetzt, also nach dem Beschleunigungsmanöver Richtung Mond durch die ICPS. Die Zeiten für das Aussetzen der CubeSats bewegt sich in etwa in einem Zeitraum von etwa dreieinhalb Stunden bis acht Stunden nach dem Start. Die NASA selbst beschreibt in einem Dokument den Aussetzpunkt als Art Bushaltestelle. Die verschiedenen Haltestellen sollen den Entwicklern Anhaltspunkte geben, wann die CubeSats auf ihren einzelnen Missionen ausgesetzt werden können und welche Strahlenbelastungen zum Beispiel zu dem Zeitpunkt zu erwarten sind. So, jetzt aber genug zu den Grundlagen, jetzt komme ich endlich zu den eigentlichen CubeSats für Artemis I, welche ich in alphabetischer Reihenfolge vorstellen werde. Beginnen wir mit Argomoon. Dieser wird Annäherungsversuche hin zur ICPS durchführen, um mit hochauflösenden Kameras Bilder der Oberstufe sowie später der Erde und des Mondes zu machen. Argomoon wird also die ICPS in Aktion festhalten und auch Daten und Fotos über die anderen CubeSats liefern. Diese könnten natürlich sehr nützlich sein für die Planung zukünftiger Weltraummissionen. Weiter wird Argomoon optische Kommunikationsmöglichkeiten zwischen CubeSat und der Erde testen. Weiter geht's mit BioSentennial. Dies ist ein biologisches Langzeitexperiment im tiefen Weltraum und gehört zu den ersten Untersuchungen der biologischen Reaktion auf Weltraumstrahlung der erdnahen Umlaufbahn seit fast 50 Jahren. Das Hauptziel ist die Messung von Auswirkungen der Weltraumstrahlung auf lebende Organismen über einen langen Zeitraum. BioSentennial wird über einen Vorbeiflug am Mond in eine Umlaufbahn um die Sonne eintreten. Ein Biosensor in dem CubeSat wird dabei Hefe untersuchen und mögliche Veränderungen nachweisen. Dabei wird eine Mikrofluidkarte verwendet, welche im Orbit das Wachstum und die Stoffwechselaktivität der Hefe messen wird. Laut NASA ist Hefe der ideale Organismus für diese Mission, denn sie ist weltraumtauglich, verfügt über gut definierte genetische Werkzeuge und ist in der Lage, lange Zeit im ausgetrockneten Zustand zu überleben. Wichtig ist auch zu wissen, dass die DNA-Schadensreparaturprozesse von Hefe, denen des Menschen, sehr ähnlich sind, was sie zu einem zuverlässigen Forschungsmodell macht. Der dritte im Bunde ist der CubeSat, To Study Solar Particles, oder kurz QSP. Dieser wird im interplanetaren Raum um unsere Sonne kreisen, wo er die einfallende Strahlung und das Magnetfeld überwachen wird und den Wissenschaftlern letztlich helfen kann, das Weltraumwetter besser zu verstehen. Dabei sollen verschiedene Auswirkungen von Strahlung untersucht und identifiziert werden, wie zum Beispiel die Störung des Funkverkehrs oder der Satellitenelektronik. QSP könnte somit auch Ereignisse im Weltraum beobachten, Stunden bevor diese möglicherweise die Erde erreichen, zum Beispiel einen Sonnensturm. Equilibrium Lunar Earth Point 6U Spacecraft, oder einfach nur kurz Equiloys. Dieser soll Techniken zur Flugbahnkontrolle in der Sonne-Erde-Mond-Region demonstrieren und wird zum L2 Lagrange-Punkt Erde-Mond fliegen. Die Hauptziele dieser Mission sind die Beobachtung der Plasmasphäre der Erde im ultravioletten Bereich, die Charakterisierung der Staubumgebung im Raum zwischen Erde und Mond, sowie die Erfassung von Mondeinschlagblitzen, welche beim Aufprall von Meteoriten auf dem Mond entstehen können. Vor allem die Beobachtung der Plasmasphäre der Erde soll wichtige Erkenntnisse zum Schutz von Mensch und Elektronik vor Strahlungsschäden bei langen Weltraumreisen liefern. Der Lunar Polar Hydrogen Mapper wird beim Thema Wasser eine wichtige Rolle spielen und die Wasserstoffanreicherung in den ständig beschatteten Regionen des Mond-Südpols kartieren. Diese hochauflösende Kartierung der Wasserstoffhäufigkeit ist bis zu einem Meter unter der Oberfläche des Mond-Südpols möglich. Der CubeSat wird in eine polare Umlaufbahn um den Mond gebracht, wobei sich sein Periselen, also der Mondnächste Punkt der Umlaufbahn, in einer Höhe zwischen 8 bis 25 Kilometer befinden wird. Die Messungen von Lunar Age Map werden mithilfe eines innovativen, kompakten Neutronenspektrometers durchgeführt. Die Erforschung von Wasser am Mond wird sehr hoch priorisiert, da Wasser für zukünftige bemannte Missionen eine entscheidende Rolle spielen wird. Daher befasst sich auch das nächste Projekt mit diesem Thema. Die Mission von Lunar Ice Cube wird an mehreren Stellen und verschiedenen Breitengraden Beobachtungen durchführen, um die Wasserkreisläufe auf dem Mond besser zu verstehen. Im Fokus werden hier die ständig im Schatten liegenden Krater am Südpol des Mondes liegen, also ähnlich wie bei Lunar Age Map. Mit an Bord wird ein NASA-Instrument namens Broadband Infrared Compact High Resolution Exploration Spectrometer, kurz Birchis, sein. Puh, ich liebe die NASA-Abkürzung sehr. Dieses wird die Verteilung von Wasser und anderen organischen Stoffen auf dem Mond untersuchen. Die NASA-Wissenschaftler werden diese Daten nutzen, um zu erfahren, wo sich das Wasser auf dem Mond befindet, woher es stammt und wie wir es natürlich auch nutzen können. Für die Beobachtung wird Lunar Ice Cube den Mond in einer elliptischen Umlaufbahn umrunden. Lunar Infrared Imaging, kurz Lunar IR, ist für einen Mondvorbeiflug und einen anschließenden Technologietest im tiefen Weltraum konzipiert. Lunar IR soll Fragen im Zusammenhang mit Transit- und Langzeitmissionen beantworten. Die Mission soll strategische Wissenslücken schließen, welche für die Oberflächencharakterisierung, Fernerkundung und Standortauswahl des Mondes, aber auch für Langzeitmissionen zum Mars von Bedeutung sein können. Nach dem Aussetzen wird Lunar IR einen Vorbeiflug am Mond durchführen und unter dem Einsatz eines Infrarotmessgeräts Bilder und Daten von der Mondoberfläche sammeln und die thermische Umgebung analysieren. Ebenfalls soll dadurch die Auswahl zukünftiger und möglicher Landeplätze erleichtert werden. Im weiteren Verlauf der Mission und beim Vorbeiflug am Mond wird Lunar IR Technologiedemonstrationen durchführen, die sich auf Manöver und Deep Space Operationen im Zusammenhang mit zukünftigen Mars-Missionen konzentrieren. Vielleicht ist unsere Menschheit ja irgendwann mal so weit, dass Astronauten hoffentlich mal Asteroiden direkt erforschen können. Bevor wir aber so weit sind, wird Near Earth Asteroid Scout oder kurz einfach NEA Scout einen Vorbeiflug an einem kleinen Asteroiden durchführen und Bilder beziehungsweise Daten über diesen und dessen Umgebung sammeln. Einige erdnahe Asteroiden können aber auch für die Erde eine Gefahr darstellen. Die Kenntnis ihrer Eigenschaften könnte dazu beitragen, wirksame Strategien zu Verringerung von potenziellen Gefahren zu entwickeln. NEA Scout verfügt über ein sehr dünnes Segel aus aluminisierten Kunststoff, welches sich an der Oberseite des Cube-Sets befindet und mit Auslegern entfaltet wird. Das etwa 85 Quadratmeter große spiegelähnliche Segel nutzt das Sonnenlicht, um den nützlichen Schub zu erzeugen, indem es Sonnenphoton reflektiert, die von der Sonne abgestrahlt werden. Das Segel mit Licht ist hocheffizient und ermöglicht es Raumfahrzeugen, sich fast unbegrenzt im Weltraum zu bewegen, neuartige Umlaufbahnen zu erreichen und diese beizubehalten. Änderungen der Bahnebene können so viel effizienter durchgeführt werden als mit herkömmlichen chemischen Antrieben. Das Ziel der Missionen wird der weniger als 18 Meter große Asteroid 2020 GE sein. Die Reise dorthin wird etwa zwei Jahre dauern. NEA Scout wird den wahrscheinlich langsamsten Vorbeiflug an einem Asteroiden aller Zeiten durchführen, mit einer relativen Geschwindigkeit von weniger als 30 Metern pro Sekunde. So die Aussage des Missionsleiters. Und sogar eine Mondlandung ist Teil von Artemis I. Genauer vom Outstanding Moon Exploration Technologies Demonstrated by Nano Semi Hard Impactor oder kurz Omotenashi. Das Hauptziel ist die Erprobung von Technologien und Flugbahnmanövern, die es einem Landesystem ermöglichen, auf dem Mond zu landen und dabei seine technischen Komponenten intakt zu lassen. Sollte Omotenashi erfolgreich sein, wird es das kleinste Raumfahrzeug sein, das jemals auf der Mondoberfläche gelandet ist. Und Japan würde damit die vierte Nation sein, denen so etwas gelungen ist. Allerdings wird nicht der ganze Cube-Set landen, sondern nur der Nanoländer mit einem Gewicht von etwa einem Kilogramm. Orbiter und Triebwegseinheit werden während des Landevorgangs abgetrennt und zerschellen auf dem Mond. Der ganze Landevorgang wird als halbharte Landung mit knapp über 100 Kilometer pro Stunde beschrieben und von einem Airbag abgesichert. Die Sonde wird ebenfalls die Strahlungsumgebung jenseits der erdnahen Umlaufbahn messen und entsprechende Daten liefern. Diese sollen bei der Entwicklung von Technologien zur Beherrschung der Strahlenbelastung helfen. Omotenashi bedeutet übrigens auch so etwas wie Gastfreundschaft oder Willkommen heißen. Der von Miles Space in Zusammenarbeit mit dem Softwareentwickler Fluid & Reason entwickelte Team Miles Cube-Set wird in die Tiefen des Weltraums reisen, um einen Antrieb mit Plasmaschubdüsen zu demonstrieren. Dieser Antrieb nutzt elektromagnetische Wellen mit niedriger Frequenz. Das Team, das sich aus Wissenschaftlern und Ingenieuren aus der Bevölkerung zusammensetzt, hat sich über den gemeinnützigen Tampa Hackerspace in Florida zusammengefunden, um Team Miles zu entwickeln. Das gesamte Team ist offen dafür, Technologien auszuprobieren, die möglicherweise außerhalb der technischen Normen liegen. Der Leiter des Teams, Wesley Fahler, meinte dazu, wir gehen nicht mit einer Luft- und Raumfahrtmentalität an die Sache heran. Wir sind ein Team von Machern, nicht von Spezialisten. Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die Leute mitmachen, solange sie alles ausprobieren dürfen. Ja, genau solche Menschen braucht die Welt und auch die Raumfahrt. Auch mal kreativ sein und über den Tellerrand hinausschauen. Die gesamte Team Miles Mission wird von einem hochentwickelten Computersystem an Bord autonom geflogen. Während der Mission ist eine Entfernung zur Erde von bis zu 96 Millionen Kilometern geplant. Na, welcher CubeSat ist euer Favorit und begibt sich eurer Meinung nach auf die spannendste Mission? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also da ich ja alles, was auf dem Mond landen wird, sehr präferiere, würde eigentlich Omotenashi meiner sein. Aber ich finde die Mission von Neascout persönlich am spannendsten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass es mich mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar bzw. Abo wissen. Zeige doch dem Algorithmus mal, was Sache ist. Danke an meine Mondflüsterer, die mich im Rahmen einer Kanalmitgliedschaft und bei Patreon unterstützen. Ich schätze das wirklich sehr. Ich bedanke mich abschließend fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Mondflüsterer aus Stralsund.